und überlegen schon weiter zu gehen aber ich will gerade die axte noch ein bisschen aufbrauchen wenn die schon also ihren lauf gleich macht dann machen wir das auch natürlich richtig die rüsten aus wir einpacken verbessern aber wir verbessern können gelangen zum bunkern nördöstlich okay da oben ist er ich schaue mich noch ein bisschen um überlegen das kraut mitzunehmen anstatt jetzt hier noch die haben wir sind voll ich habe auch keinen platz mehr kann man das hier ein bisschen nein ich wollte die doch nicht einbauen ich wollte den pilz aussammeln jetzt haben wir ein bisschen energie verloren betritt den bunker ok so wir sagen ich habe hier gerade ein kaninchen gesehen machen wir das mal so guck mal ob das kaninchen sonst kann ich auch schön beheult ist und da rein trappelt auch noch steine ja das beides sind wir auch noch mit immer gut benzin kann ist da leider nichts für uns ich würde hier gerne rein einmal betritt den bunker für den weg energie wieder herzustellen alles klar das weiß ich gott sei dank noch kein problem das war jetzt nicht mehr mein plan also war nicht mehr bei mir im plan drin was ich betreten kann was geht das nicht auch nicht führer gehen offline ah guck mal hier kann man schon was vertreten voll Autoküche, Autoküche ist natürlich nice als nächstes den Samen auf den Tisch und die gehen oh koi, wie soll ich jetzt hier was ich möchte was loswerden da können wir ein bisschen was einheizen ich heiz noch mal voll hier die Bude können wir uns was anbauen das ist natürlich nice Das wusste ich zum Beispiel nicht, weil ich dann hier irgendwann aufgehört habe. Da pflanzt die Samen, ja, und Beet. Pflanzt die Baroni. Rucke. Kartoffeln. Hulingszwiebeln. Garotmuschimtier. Genau 3. Wann kann man die ernten? Tage bis Ernte 7. Finde die Schlüssel zu den anderen Bunkerräumen. Okay, kommt man noch irgendwie. Dann so eine Autoküche. Hier ist eine Werkbank, das ist ganz gut und clever. Führer gehen offline. Da braucht man einen Schlüssel. Hier ist eine Truhe. Das ist ganz gut, eine Truhe zu haben. Ich traue das im Glück allein. Hier kann man den Primär und hier haben wir Sekundäre. Ich finde die Sekundären auch immer ganz süß, dass man die nebenbei machen kann. Gucken wir uns ein bisschen um, wo könnte denn der Schlüssel sein? Wo könnte denn der Schlüssel sein? Bei hier? Wo könnte denn so ein Schlüssel sein? Hier kann man noch ein bisschen Holz machen. Down, 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 down. Hier ist auf jeden Fall nichts. Bratende Pilze, locker. Da können wir vielleicht noch was machen. Cafeteria, Halle, Notfall, Lagerraum, Zustände, Arbeitsrektor, 1 von 33. Können wir da hin? Ich brauche einen Schlüssel. Ich frage ich, wieso kriege ich den her? Achso, wir können auch das mit... ok. Sieh auch noch nicht, ne? Konterfehler. Wo könnte der Schlüssel sein? Da vielleicht? Papierkopf, ne. Hier könnte man auf jeden Fall was craften. Kleidung. Die sind nur so... Fordert einen Schlüssel. Aber wo ist der? So, wir gehen offline, Wartung. Was könnte er sein? Haben wir irgendwas übersehen? Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist auch nichts. Hier ist ein Fernseher, der nicht läuft. Eine Lampe. Hier können wir auch nicht rein. Ein Badezimmer glaube ich auch nicht. Da ist ein Papierkorb. Da ist auch noch ein Papierkorb. Aber das ist ein Papierkorb. Und das muss ja drin sein, oder? das geht auf jeden fall nicht verwirrt mich jetzt gerade etwas kann denn dieser schlüssel sein hier haben wir kühlschrank ok da ist nichts drin, ich hätte jetzt gedacht dass da im kühlschrank vielleicht was ist hier liegt auch nichts rum da kommen wir auch nicht weiter finden den schlüssel zu dem bereich der anderen ja wo soll der sein um gottes willen also hier scheint er nicht zu sein auf jeden fall jetzt mal ne erfordert einen schlüssel weiß nicht wo der sein soll jetzt auf jeden fall auf das weite leben noch ein bisschen rausgehen und zwar kann man ja dieses andere ziel noch folgen das hier schalten folgenden stromlinien das machen wir jetzt auch wissen dass der bunker da ist nichts liegen gelassen jetzt auf den weg machen ich keine fackel gemacht und sollten eigentlich unser lager aufschlagen irgendwo der bunker dach ist würde so langsam sollten wir aufbauen das machen wir jetzt auch hier fix schmelzofen schild bräuchte was über nacht meist aber auch nicht ja wir könnten uns der fackel herstellen und noch 20 holz ein bisschen mehr noch ein bisschen mehr komm eine szene nr passt ja perfekt anheizen wir haben doch gesehen ich kann rüstung erstellen da einmal doch einmal eine holz ein bisschen was noch machen selber 1 2 5 perfekt ist da mit der stelle auf jeden fall auf die jagd oder so ich würde mir gerne einen stock herstellen den lassen wir jetzt noch beraten ein bisschen feuer nach und wir gehen schlafen absolut gold richtig ich was war das was ich weiß nicht ich weiß stehen so gegen sechs wieder auf 67 rum machen auf dem weg auf jeden fall weiter gucken was dann hinter diesen wo diese master uns hinführen das ist ich gerne stündchen noch ganz gut hin ein bisschen besser temperatur ich will diese melodie dies nach herrlich dazu lassen wir einen ausschlafen brauchen wir nicht da ist die zeit zu kostbar wir tun noch an skill 1 2 3 aufwärmen einen rucksack platz auf jeden fall rucksäcke sind immer ganz gut aber noch heilsalben einpacken die heilsalben müssen wir wieder mit die masten voll müssen ungefähr hin aha toll super zwei optionen gehen mal hier lang schon die beste option gibt es schon mal natürlich können die auch in der leere führen bestimmt oder vielleicht füllen sie uns irgendwelche dörfer rein wo wir vielleicht ein bisschen unterhafen können die masten sind auf jeden fall gute wegführer ich frage ich ob wir irgendwo rein können oder ob wir irgendwas hier finden oder ob wir schauen oder ob wir es jetzt großartig aus du hast geht DIY oder ob wir irgendwo rein oder ob wir oder ob wir schlafen hin